Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Kin & Come Deliverance und wie ihr alle wisst, habe ich kurz gespeichert, denn in der letzten Episode ist mir das Spiel abgeschmiert, als ich mit der guten Dame reden wollte und hoffentlich passiert mir das nicht mehr. Denn wir haben alle Zutaten, ich habe die alle noch offscreen wieder zusammengesammelt und ich hoffe mal, dass es jetzt nicht mehr abschmiert. Okay, das Spiel ist nicht abgeschmiert, ähm, mit Feuer? Nö. Dann bin ich willkommen in meinem Laden, Dobi. Ah. Haben wir hier alles zurückgegeben? Ähm. Oh man, woher ist die Disteln? Äh, die Disteln ist ein wundersames Heilmittel gegen allerlei Leiden, insbesondere gegen die Pest. Im Wasser, äh, lindert es Schmerzen und Vergiftungen. Im Wasser, lindert es Schmerzen und wir müssen Disteln mit Wassern, äh, beigeben. Hm. Disteln mit Wassern, okay. Oh. Ihr hackt und gelösse Schellen, die nässt in eine wohlschmeckende Speise da. Was man mit einigen Kräuter darf, mich nicht verminkt, äh. Was, was heißt das? Hunger. Gelenkschmerzen. Zerriebene. Trankbraun. Äh. Was, ja? Ui. Wie, wie zu finden. Momentan. Haben wir aber. Ach, die Kohle brauche ich mir zum Dingens, ne? Ähm. Hm. Ja, ich denke doch mal, ich. Nein. Jetzt haben wir was da jetzt. Ähm. Ah. Mal kurz. Gegenmittel. Wasser. Hast du verdorbene Nahrung von Züge genommen oder da ein feinböses, äh, Ränke geschmied und äh, Trinkselixier, welches, äh, du in weiser Voraussicht natürlich bereits lange zuvorzubereiten als heimliche Gefahren abzuwenden. Wirkt alles gegen, gegenwärtig negative Effekte entgegen, bereite Wasser und zwei Hände voll Disteln zu. Hör mal kurz. Und zwei Hände voll Disteln zu. Einen Nessel und eine Kohle. Gib die Disteln in den Kessel und zieh dir sie zwei Runden lang. Was, was? Gib die Disteln in den Kessel. Wir können hier nichts finden. Klingt jetzt überhaupt was? Hä? Hm. Nee. 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 Guck mal kurz. Ach, da oben sind die Dinger. Ah, okay, okay, alles klar. Alles klar. Lesen. Bereite Wasser und zwei Hände voll Distel hinzu. Eine voll Nessel. Und eine voll Kohle. Eine. Jetzt bereite. Zwei Hände voll Disteln. Und eine voll Nesseln. Haben wir gemacht? Und eine voll Kohle. Ähm. Was? Nein. Ich will sie verwenden. Hallo? Ich will die Kohle verwenden. Und eine voll Kohle. Gib die Disteln in den Kessel und zieh sie zwei Runden lang. Was? Scheiße. Wir müssen resetten. Sorry. Mein Fehler. So. Und die Kohle. Zwei Disteln. Hände. Zwei Hände voll, ne? Disteln. Hier eine Runde rumfliegen. Gut. Ich nehme auf. Ich dachte, das ist schon scheiße. Ich nehme nicht auf. So. Ähm. Also nochmals. Äh. Gib die Disteln in den Kessel und zieh sie jetzt zwei Runden lang. Wie jetzt? Da rein will ich doch. Okay. Jetzt höre ich halt wascher. War das richtig überhaupt? Ja. Ah, jetzt erst? Okay. Gut. Ähm. Zwei Runden. Ist das eine Runde oder was? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? So. So. Und jetzt nun, ähm. Und zieh sie zweimal. Dass sie eine Runde lang siegen. Okay. Nein. Wir haben es schon so früh gemacht. Okay. Okay. Nun haben wir die Kohle hingeschmissen. Abkühlen lassen. Verdammte Hacke nochmals. Hmm. Wir müssen es nochmal resetten. Wir haben nicht abgekühlt. Verdammte Scheiße. Nochmal ist. Okay. Gut. Wasser. Und nun wieder. Tut mir leid, aber ich bin so dumm. Shit. Wir können das nur ein paar Mal ausprobieren. Okay. Gut. Zu wissen, das ist eigentlich der letzte Versuch, den wir haben. So. Und dann wie? Eine Runde. Und wieder weh. Wir können eigentlich schon zubereiten, die Brennnesseln. Ne. Will ja auch nicht verfehlen hier. Eine Runde lang sieden. So. Sandur nicht vergessen, sonst haben wir hier wieder Probleme. Müll. Eine Runde lang sieden. Äh. Abkühlen lassen. Füge es durch die Kohle hinzu. Aber sieh diese nicht. Abkühlen lassen, wenn es abgekühlt ist. Keine Ahnung, wenn es abgekühlt ist. Jetzt soll endlich fertig sein, ne? Hallo. Sollte eigentlich fertig sein, du doofi. Ah. Wir haben ja alles abgefüllt, ne? Ein Gegenmittel. Ach, das war alles. Wollen wir mal kurz. Inventar haben wir das jetzt hier im Inventar? Wie haben wir das im Inventar? Joa. Müsste eigentlich gehen. Wir können nicht zurück. Wir müssen ja jetzt verlassen. Wir haben das jetzt im Inventar. Wenn nicht, dann wird ich sauer. Guck mal, ein Gegenmittel haben wir. Ah, zum Glück. Wir haben das Gegenmittel. Im Inventar müssen wir das schnellstens zurückbringen. Das ist jetzt eventuell nicht mehr so schnell heiligbar. Aber wir haben jetzt alles nach Plan abgefüllt. Wir haben alles nach Plan gemacht. Und sagen jetzt so gut noch, danke sehr. Auf jeden Fall, danke sehr. Wir haben viel gelernt. Scheiße, wir können nichts der Frau sagen. Aber ich glaube, wir haben es ziemlich gut gemacht. Wir haben auch ein bisschen mehr mitnehmen müssen. Damit wir... Wir hatten ja zwei Versuche so gesehen. Ansonsten hätten wir wieder sammeln müssen. Und das wäre nicht so gut gewesen. So, aber nun geht es wieder... Äh, äh, hallo. Auf und wir können das Heilmittel jetzt natürlich geben. Was das jetzt genau bewirkt, das weiß ich selbst nicht. Da es ihr wir gemacht haben. Kann jetzt alles sein. Ähm, aber wir versuchen ja irgendwie unser Bestes. Wir haben ja nichts Böses im Schild. Wir sind ja nicht irgendwie Schelme oder so, die wir jetzt... Ich weiß nicht, was wir machen wollen. Oder sollen. Daher... Hey. Wir haben ja was erschaffen. Und das ist auch nicht so schlimm. Oh, oh. Wir zurück. Wir waren gerade doof. So. Ein paar Leute umrempeln. Können wir immer gut. Das geht immer super. Das können wir immer machen. Nun. Ein Heilmittel haben wir. Und ich will nur kurz schauen, wie viel das noch hat. 98. Okay, das wird normal sein. Was ist passiert, meine Freunde? Das sehen wir erst in der nächsten Episode. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Was passiert? Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall kurz mit Eisen. Also in Game natürlich. Und bis dann. Wir gehen auf jeden Fall. 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 Vielen Dank.